hi und ganz kurze vorab info bevor es dann auch gleich mit der samstags konferenz losgeht es wurde mir vorgeschlagen und immer schon wieder herangetragen dass es doch cooler wäre wenn die konferenz wenn es fünf oder vier spiele sind auch so viele verschiedene kommentatoren hätte und da kann ich euch zustimmen es ist nicht so toll wenn ich jedes spiel kommentiere macht es ein bisschen oder vielleicht deutlich langweiliger deswegen wenn ihr interesse habt zu kommentieren wie das am endeffekt umgesetzt wird und so das müssen wir alles noch besprechen wenn ihr interesse habt kommt auf den discord server der ist in der video beschreibung verlinkt geht da rein meldet euch an und dann werden wir da vielleicht mal was besprechen wenn sich ein paar leute finden die da lust drauf haben würde mich auf jeden fall freuen ansonsten geht es jetzt los mit dem richtigen video leute ein ganz herzliches hallo zu diesem neuen video tippt wie immer gerne mit den kommentaren würde mich auf jeden fall freuen die samstags konferenz steht an wie gesagt aus zeitlichen gründen schaffe ich aktuell immer nicht alle spiele aber eine konferenz habe ich jetzt mal wieder gemacht letzte woche hatte ich eine weisheitszahn op deswegen kamen da nur ein paar einzelspieler musste ich wirklich schauen wie viel schaffe ich überhaupt aber jetzt ist wieder alles gut es gibt eine samstags konferenz vielen dank fürs rein schalten und viel spaß los geht's und damit ein ganz herzliches hallo zur samstags konferenz am fünften spieltag station nummer eins wir sind in mainz dort ist der sc freiburg zu gast die preisgauer platz fünf nach vier spielen acht punkte das heißt noch ungeschlagen und da möchten sie heute weitermachen aber mainz steht sogar noch ein tabellenplatz weiter oben neun punkte sind das da also wir können uns hier eigentlich auf guten fußball freuen wie gut wird der fußball in augsburg das ist eine berechtigte frage gladbach gewann am letzten spieltag 3 zu 1 gegen bielefeld hat also den ersten dreier eingefahren der fc augsburg holpert noch ein bisschen zwei punkte sind das da nach vier spielen keine optimale quote wer wird sich noch mal verbessern wir schauen gespannt drauf und schalten zur dritten station nach bielefeld ja auf der bielefelder alm heute zu gast die tsg 1899 hoffenheim wir haben es eben angesprochen bielefeld verlor am letzten spieltag bei gladbach mit 3 zu 1 schlug sich dort wacker verlor aber am ende dann doch relativ klar und hoffenheim ist auch holprig er in die saison gestartet zuletzt gab es dann eine 0 zu 2 pleite zu hause gegen mainz und die vierte station macht münchen perfekt das ist eine richtige traditionspartie die es in sich hat der fc bayern münchen gegen den vfl bochum ja diese mannschaften liegen weit auseinander aber traditionell ist das hier auf jeden fall ein interessantes aufeinandertreffen auch wenn der vfl bochum sicherlich erst mal die defensive stärken will bayern komplett überzeugen 3 0 bei barcelona in der champions sieg gewonnen sie wollen hier die nächsten drei punkte einfahren starten wir die konferenz allerdings mit dem rollenden ball in mainz Der ball rollt tatsächlich hier als erstes der erste fsv mainz 05 in den roten trikots von links nach rechts im ersten durchgang und das 2 zu 0 zuletzt bei hoffenheim war doch schon durchaus etwas überraschen und hier wollen sie direkt wieder von rauf gehen lukoki aber kann den schwert zu verarbeitenden ball nicht ganz kontrollieren setzt aber wieder nach und so kommt wieder Mainz direkt nach vorne will hier gleich hohen druck aufbauen chor mit dem ball raus lukoki jetzt aber im abseits und freiburg kann direkt einmal durchatmen da rücken sie gut raus und lassen so die abseits falle zu schnappen auch wenn es ganz schön knapp war die ersten eindrücke waren das von hier wir wechseln nach augsburg wo glattbach in den schwarzen trikots gerade von rechts nach links guten druck macht in der anfangsphase florian neuhaus sakkaria legt raus zu herrmann ja herrmann der gegen bielefeld überragte hier kommt er diesmal nicht durch und augsburg versucht umzuschalten es läuft aber eben nicht so bei den Fuggerstädtern bislang auch erst ein tor erzielt tor an mainz in vier spielen und das eine tor das ist jetzt schon in mainz gefallen Mainz belohnt sich für eine gute anfangsphase karim unisibo mit dem 1 zu 0 führungstreffer freiburg kommt hier einfach nicht rein in die partie und dann steht es früh 1 zu 0 trocken abgeschlossen von unisibo und da haben wir den ersten treffer in der konferenz wir hoffen auf weitere vielleicht ja in bielefeld hier sind die gäste erst mal vorne drauf hoffenheim versucht schnell in führung zu gehen bielefeld macht das aber bislang gut verteidigt das stark auch hier wieder brunner aufmerksam lässt da brun Larsen nicht mal den hauch einer chance vorbeizuziehen Stadion ist gut besetzt die stimmung ist gut in der schüko arena Eckball für hoffenheim von der linken seite in die mitte getreten aber ganz schlecht will mal köpft den raus und hoffenheim muss neu aufbauen jetzt aber kam maric mit dem fehler komplett hergeschenkt diese situation noch etwas zerfahren bielefeld verteidigt das erst mal ganz gut hoffenheim fällt nach vorne noch nicht ganz so viel ein das sind die ersten eindrücke von hier und damit wechseln wir nach münchen auch hier knappe zehn minuten gespielt bayern macht ordentlich druck der vfb bochum bislang aber sehr stabil jetzt thomas müller mal zumindest mal ein abschluss es wird nicht wirklich gefährlich für manuel riemann aber den hält er dann auch sogar fest und bochum versucht in umschaltsituation zu kommen wollen sich da vielleicht ein bisschen am ersten fc köln orientieren der das hier in der münchner allianz toren augsburg gut gemacht hat und jetzt hat jemand in augsburg gut gemacht wir holen uns den nächsten treffer ab der fc augsburg geht in führung niklas dorsch mit dem 1 zu 0 für die fuggerstädter borussia mönchengladbach eigentlich mit dem besseren start aber mit der ersten chance geht der fca in führung dorsch hat da zu viel platz schließt dann wuchtig und platziert genug ab so dass jan sommer nichts bleibt außer hinterher zu schauen keine viertelstunde gespielt das ist durchaus eine kleine überraschung das zweite saison tor eben erst für den fca da soll der erste sieg her im fünften spiel glatt war ja auch alles andere als positiv gestartet auch wenn man am ersten spieltag bei den bayern 1 zu 1 spielte es muss besser werden wir wechseln sind in mainz auch hier die gastgeber in führung unisivo hatte den treffer erzielt jetzt aber mal der sc freiburg keitel zu höhler gute möglichkeit die parade ist dann auch in ordnung muss auch sein im kurzen egg aber unter dem strich war das ein zu harmloser abschluss aus doch recht guter position zumindest aber eckball auf den elfmeter punkt gezogen linhardt aber macht es nicht richtig gefährlich legt den ball nochmal raus kübler freiburg hat die kontrolle aber es fehlt der letztendliche zug nach vorne jong nochmal höfler gutes auge für vincenzo griffo riesen chance 0 0 weiter hier 0 0 auch noch hier in bielefeld hoffenheim macht schon gut druck und kommt jetzt wieder baumgartner auf der rechten seite kalle rabeck wieder baumgartner setzt sich dadurch gut her und kramaric 0 1 23 spiel minute 1 zu 0 für hoffenheim das hatte sich angedeutet röthea dann quer nochmal zu kramaric und vorbei an stefan ortega der hier nichts machen kann und hoffenheim kann feiern nach 23 spielminuten 0 1 hier wir warten noch auf einen treffer in münchen vielleicht kommt er ja jetzt vielleicht kommt er sogar für den vfl bochum polter über die linke seite holtmann danilo soares holtmann jetzt steht bayern aber auch gut und dann ist es auch da relativ kompliziert durchzukommen upamecano mit dem guten zweikampf bringt den ball zu serge nabry das kompliment kann man dann spiegeln der vfl bochum nach ballverlust dann auch wieder gut in position hier brennt tatsächlich relativ wenig an es ist noch ein tor in augsburg relativ unattraktives spiel tor in augsburg ist viel spannender der ausgleich las stehen will mit dem 1 zu 1 in der 26 spiel minute geht da auf die bande lässt sich feiern vorlage neuhaus dieses 1 zu 1 ist auf jeden fall verdient gickewitz fliegt vergeblich platzierter links schlenzer in die linke ecke vom kapitän ist den spielanteilen auf jeden fall gerecht dieses ergebnis aber vielleicht kann ja augsburg direkt heute noch einen zweiten treffer erzielen wir bleiben auf jeden fall dran hier tor in bielefeld beobachten das der zweite treffer jetzt auch in bielefeld ebenfalls der ausgleich das 0 zu 2 hoffenheim erhöht aktuell in der defensive etwas überfordert die arminen rötter geht auf die grundlinie und baumgartner hält die fußsohle rein drückt ihn dann aus kurzer distanz über die linie und so überragend stefan ortega ist da hat nicht mal er noch eine chance halbe stunde marke geknackt 2 0 für die gäste es sieht richtig gut aus und bielefeld muss sich einiges einfallen lassen um das hier noch zum positiven zu wenden unmöglich ist es sicherlich nicht aber hoffenheim heute sind sie tatsächlich mal in richtig guter form nochmal nach münchen die bayern rufen sich hier langsam ein und sie kommen über thomas müller und Goretzka legt aber nochmal raus Joshua Kimmich hektisch sind sie nicht aber irgendwann muss sie eben dann auch mal was nach vorne kommen Goretzka wieder die thomas müller und der ist eiskalt 1 zu 0 34. Minute eröffnet den torreigen dann wie schon in barcelona erzielt er thomas müller das wichtige 1 zu 0 das natürlich der dosenöffner sein kann in so einer partie bochum ist jetzt gefordert geht aber auch zu leicht müller geht einfach in die spitze rein bekommt den ball richtig druck auch nicht nur so ein bisschen von der seite und somit steht es nach 34 minuten 1 zu 0 für den fc bayern das ist auch so in ordnung das ist vollkommen tor in bielefeld aber bochum hatte sich bisher eigentlich ganz gut geschlagen und wir haben den dritten treffer schon in bielefeld es geht jetzt schlag auf schlag und bielefeld muss aufpassen dass das hier nicht innerhalb bis mittelschweren katastrophe endet 0 zu 3 ruht her mit zwei vorlagen und jetzt mit seinem eigenen ersten treffer ortega kommt raus kann einem leid tun 0 3 hier sehr sehr deutliche angelegenheit geben wir weiter nach mainz wo der erste fsv mainz 05 Probleme damit hat freiburg zu verteidigen und die gäste kommen wieder salai keitel da ist eigentlich viel platz jetzt hat höhler viel platz und jetzt nutzt er diesen platz auch aus 1 zu 1 38 minuten geht vollkommen in ordnung schön mit der hacke rübergelegt und jetzt ist auch robin zentner geschlagen bekommt da nicht mehr rechtzeitig den fuß raus lukas höhler mittlerweile eigentlich unangefochtener stammspieler dem irovic kommt aktuell nicht an ihm vorbei und das beweist er hier wieder warum das so ist 1 zu 1 jetzt wir geben nochmal eine station weiter vor der pause Tor SC wo Gladbach vor der pause noch das spiel komplett drehen will hermann kommt nicht durch rauwe leo klärt die sache und diago der hat viel platz über links zu viel platz Gladbach pennt da ein bisschen hinten passt nicht so richtig gut auf André Hahn aber jetzt ist auch wieder vorbei die Szene doch nicht ganz Dorsch nochmal raus zu Gummi quer Caligiuri kommt aber nicht durch Nico Elwedi dazwischen in Ansätzen sieht man was bei Augsburg möglich wäre aber am Ende schaffen sie nicht wirklich groß Chancen daraus zu produzieren André Hahn jetzt vielleicht Vargas na endlich mal ein Abschluss und das war knapp am Pfosten vorbei Jan Sommer fliegt muss aber nicht eingreifen und bekommt den Abstoß eine Station weiter nach München bitte Bochum kommt nochmal vorm Seitenwechsel aber Holtmann steht im Abseits und so trudelt die erste Hälfte langsam aus hat Holtmann mit seiner Schnelligkeit eigentlich nicht nötig diesen Extrashit in Richtung des gegnerischen Tores zu stehen weiß er sicherlich auch selber am besten aber es ist nicht das ganz eindeutige nicht das krasse Kontrastprogramm zwischen Bayern und Bochum vielleicht auch nicht mit hundertprozentigem Einsatz aber der VfL Bochum erhält wirklich gut dagegen und setzt eben auch immer mal wieder Nadelstiche nach vorne und jetzt ist erstmal Pause 1 zu 0 für den FC Bayern München entschieden ist hier noch lange nichts auf den anderen Plätzen ist ebenfalls bereits Pause wir schauen in der Halbzeit einmal auf alle Ergebnisse und hoffen dann auf zweite ebenfalls spannende 45 Minuten Ja, hier haben wir die vier Spiele und Ergebnisse im Überblick Bielefeld, Hoffenheim 0 zu 3 Bayern gegen Bochum 1 zu 0 Mainz gegen Freiburg 1 zu 1 Augsburg gegen Gladbach ebenfalls 1 zu 1 lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da würde mich auf jeden Fall freuen ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten viel Spaß bei der zweiten Hälfte Zurück in der Konferenz wir beginnen wieder in Mainz hier haben wir einen ausgeglichenen Spielstand 1 zu 1 steht es und das geht auch so in Ordnung Freiburg vor allem vor dem Seitenwechsel sehr stark gewesen und ja, an diese gute Phase möchten sie jetzt direkt anknüpfen Mainz muss aufpassen, dass ihnen das nicht hier aus den Händen gleitet sie waren ja eigentlich besser gestartet aber nach der Führung kam da nicht mehr ganz so viel und sie fiel ja wie wir wissen schon relativ früh und auch dieser Ball hier eher etwas unsauber wir werden es beobachten und geben ab nach Bielefeld und hier braucht die Arminia am besten in den nächsten 10-15 Minuten das 1 zu 3 sonst wird man hier gar nichts mehr holen können nicht viel los Okugawa, aber gut das kann man tatsächlich auf so ziemlich jeden Bielefeld der Spieler aktuell beziehen Hoffenheim macht es aber auch gut das soll keine allzu große Kritik an den Gastgebern sein aber auf der anderen Seite so richtig viel bieten sie noch auch nicht an und Hoffenheim hat auch keine Probleme das zu verteidigen da muss ein Umschwung her vielleicht mit Prietel über Lorsen über Lorsen legt nochmal zurück und Robin Hack Nachschuss Alessandro Schöpf na das war doch mal was Tor in Augsburg Superparade und dann Schöpf ans Außennetz und der Treffer in Augsburg Gladbach dreht das Spiel 2 zu 1 für die Borussia Alassane macht es und bringt die Fohlenelf erstmals an diesem Samstagnachmittag in Führung sehr starke Drehungen um Ravelio herum dann ein guter und platzierter Abschluss die gleiche Ecke wählte auch Lars Stindl im ersten Durchgang auch das war erfolgreich hier sogar noch mit etwas mehr Wucht 51. Minute 2-1 Borussia Mönchengladbach auf bestem Wege die Gäste den zweiten Sieg in Folge einzufahren und das würde ihnen ein bisschen Luft verschaffen und die Tore gehen gut weiter ab nach Mainz auch hier drehen die Gäste das Spiel Roland Salai mit dem 2 zu 1 wird da am zweiten Pfosten vergessen per Dropkick setzt er den Ball in die Maschen an Robin Zentner vorbei starke Schusstechnik nicht zu halten 2-1 hier 1-0 in München 1-0 hier in München ja und der FC Bayern möchte das ausbauen mit Thomas Müller der da schalten und walten kann Müller jetzt hat er das gute Auge für Joshua Kimmich der einfach mal durchläuft und das 2 zu 0 macht die beiden Tore zu einfach kassiert und da reißen sie sich so ein bisschen selbst das ein die Bochumer was sie sich aufgebaut hatten gute stabile Verteidigung dann so ein doch recht einfaches Tor Kimmich läuft einfach durch kommt keiner mit der bleibt dann eiskalt vor Manuel Riemann und so steht es nach 55 Minuten 2 zu 0 und jetzt Tor an Augsburg eine ganz große Aufgabe Tor an Augsburg Ausgleich oder auch große Aufgabe ja die Aufgabe für Augsburg sie wird größer weil das 3 zu 1 gefallen ist Doppelpack Alassan Plea wieder Rauveleo der da ein Stück zu spät kommt zu weit weg ist und in der 56. Spielminute ist es dann schon ein etwas komfortabler Vorsprung Tor für Borussia Mönchengladbach die Nummer 14 Sollte es dann dabei bleiben bei diesem Ergebnis oder zumindest bei diesem Resultat was die Punkteverteilung angeht Tor an Mainz dann wird es für Augsburg noch ungemütlicher und wir haben den nächsten Treffer an Mainz bitte gerne was für eine Partie 2 zu 2 Mainz schlägt Post wenden zurück Jean-Paul Jean-Paul Boetius lässt sich da nicht zweimal bitten und wuchtet den Ball ins lange Eck 2-2 hier viel deutlicher in Bielefeld und es ist immerhin auch gleich schon eine Stunde gespielt das heißt es wird enger klar selbst wenn das 1 zu 3 in der 75. fällt kann es auch immer noch spannend werden aktuell fehlt aber so ein bisschen in die Fantasie Hoffenheim weiter im Vorwärtsmarsch Grilic und Kramaric gute Parade aber von Ortega und dann Offensivfoul gefiffen Bielefeld ja auch naja immerhin erst einmal verloren dafür dreimal unentschieden und noch nicht gewonnen das wäre jetzt die zweite Niederlage damit kommt man eben auch nicht voran und es wird wohl auch dabei bleiben ab nach München und der VfL Bochum erschlittert auf Niederlage 4 zu einmal hatte man gewonnen das Heimspiel gegen Mainz ist das auch sehr gut und souverän und Mainz ist ja eigentlich auch kein Kanonenfutter aber ja nach vorne geht's dann unter dem Strich jetzt doch Tor in Bielefeld deutlich zu wenig in Bielefeld ist das eine ganz andere Sache vor allem für Hoffenheim es steht 0 zu 4 das dürfte dann endgültig die Entscheidung sein Kramaric Kramaric muss nur noch den Fuß hinhalten ein bisschen gegen die Laufrichtung sodass Ortega sich auch nicht mehr richtig sortiert bekommt und dann geht er sowas von zentral über die Linie im Holpertempo wie gesagt hier ist natürlich alles entschieden in Mainz sieht's deutlich spannender aus hier haben wir zwar ebenfalls 4 Tore aber komplett ausgeglichen verteilt und Mainz bemüht sich weiter jetzt aber Abseits Position von Wittmar und das ist vollkommen richtig erst mal gewechselt Jay Sung Lee kommt für Barreiro Martins bei Mainz Haberer kommt für Keitel auf Seiten der Gäste noch ein bisschen Schwung jetzt reingebracht für die letzten rund 25 Minuten und Freiburg viel Platz im Strafraum für Vincenzo Grifo den darf er eigentlich nicht bekommen aber er kann sich nicht durchsetzen in dieser Szene also 2-2 hier eine Station weiter bitte hier ist es definitiv deutlicher 3-1 für Gladbach und er schnuppert momentan auch eher nach 4-1 als nach 2-3 Gladbach macht es wirklich gut auch wenn sie hier inzwischen zurücklagen Kikiewicz hat den Ball Tor in Mainz ist viel wichtiger und jetzt dreht Mainz wieder das Spiel 3-2 für den ersten FSV Doppelpark Karimone Sivo was für ein fantastisches Spiel und Jay Sung Lee gerade eingewechselt bereitet es auch noch vor aber den trifft da nicht mal optimal oder genau dadurch ja perfekt lässt ihn leicht über den Schlappen rutschen 71. Minute 3-2 für Mainz 05 5 Tore hier schon gesehen äußerst unterhaltsam weil beide eben auch offensiv spielen wollen in München sieht das ähnlich aus ja man sieht dem VfL Bochum eben tatsächlich auch an dass sie es versuchen nach vorne zu spielen ist aber auch brutal schwer aktuell durchzukommen und der FC Bayern München ist sowieso immer gefährlich nach vorne Alfonso Davis zieht nicht in den Strafraum ein geht lieber nochmal zurück macht das ganz entspannt ganz locker und ruhig legt den Ball jetzt aber zu Lewandowski nochmal raus zu Davis VfL Bochum geht auch jetzt nicht mit hundertprozentig im Einsatz auf diese Dinge rauf sie warten eher ab wollen sich dann eben auch nicht überrumpeln lassen jetzt die Flanke von Lewandowski aber Bela Koczab ist aufmerksam und es steht eben auch nur 2 zu 0 das heißt jetzt einen Anschluss noch und vielleicht ist noch was drin über die linke Seite Polter wäre in der Mitte Ball nochmal raus zu Danilo Suarez der legt aber auch wieder zurück also zieht sich das alles und wir gucken nach Mainz 4-2 die erste 2 Tore Führung an diesem Nachmittag hier in Mainz 80. Minute ist das schon die Entscheidung möchte man in diesem abwechslungsreichen Spiel sicherlich noch nicht zumachen das Ganze auch wenn es jetzt tatsächlich doch langsam deutlicher wird 10 Minuten noch Zeit für Freiburg Andersson Lukoki macht das Ding 4-2 hier und viel viel deutlicher noch ist es in Bielefeld oder es könnte noch deutlicher sein Ilas Bebu legt den Ball aber knapp vorbei am rechten Pfosten das läuft jetzt hier so langsam aus Hoffenheim äußerst positiv heute aufgefallen Bielefeld doch etwas enttäuschend da hatte man sich hier vor allem zuhause ein bisschen mehr dann doch versprochen ist noch nicht so viel bei rumgekommen und dass sie dieses Spiel klar und deutlich verlieren ist vollkommen verdient und war spätestens nach dem 0-4 auch absehbar im Prinzip auch das 0-3 im ersten Durchgang noch da hätte man auch ganz übles und schlimmes erwarten oder befürchten müssen aus Bielefelder Sicht 0-4 hier wir geben nochmal nach Augsburg wo der FCA das 2-3 unbedingt braucht ansonsten läuft das auch hier jetzt einfach runter Hermann starke Annahme nimmt den Ball auch direkt mit jetzt dreht er sich aber in Nuduka rein das war dann nicht so gut und Augsburg versucht sich nochmal die letzten 5 Minuten sind angebrochen aber wo ist die Unterstützung die Flanke kommt trotzdem nicht schlecht Sommerfaustet raus Scully und Annemeyer jetzt Annemeyer raus zu Niederlechner Caligiuri das hätte es nochmal sein können das hätte es tatsächlich nochmal sein können der Ball geht aber nur ans Außennetz wir wechseln nochmal komm Bochum vielleicht auch nochmal zu einer Chance und haben wieder eine spannende Nachspielzeit die 90. Minute aber auch mittlerweile angebrochen jetzt vielleicht gute Chance aber Zoller scheitert an Neuer und noch ein Tor in Augsburg jetzt ist es da das 2-3 Arnemeyer mit dem Anschlusstreffer aber kommt er vielleicht jetzt dann doch die eine Situation zu spät schön quergelegt Sommer hechtet noch den Ball hinterher aber kommt nicht mehr ran Tor in Bielefeld wir melden uns natürlich wenn hier noch was passiert nochmal das Tor in Bielefeld Puh das muss man sicherlich dann auch erstmal verarbeiten 0-5 Ilas Bebu mit dem Tor Bielefeld vorhin 4 Spielen nur 5 gegen Tore kassiert jetzt hier in diesem alleine 5 und selber 3 erzielt das ist auch ein bisschen zu wenig so aber weil hier schon lange alles klar ist gehen wir nochmal zu einer vielleicht zu der spektakulärsten Partie nach Mainz wo Freiburg wo Freiburg sich auch nochmal reckt und streckt aber die 4 Minuten Nachspielzeit sie sind mittlerweile auch abgelaufen und 2 Tore werden hier wohl nicht mehr fallen Feierabend auf den anderen Plätzen hier kommt nochmal der Flankenball Unisivo köpft raus sind jetzt mittlerweile auch 5 Minuten schon drüber Janik Haberer nochmal raus zu Höhler kommt aber nicht durch und St. Juist bereinigt das Ganze und beendet damit diese Konferenz einige viele Tore gesehen hier 6 5 in Bielefeld 2 in München 5 auch in Augsburg das lässt sich sehen an diesem Samstagnachmittag und Mainz mit 12 Punkten nach 5 Spielen sicherlich die Überraschungsmannschaft der Bundesliga das soll's gewesen sein bleiben sie auf jeden Fall sportlich bleiben sie am Ball bis dahin und Tschüss Jo das soll's dann auch wieder gewesen sein mit dieser Konferenz wenn ihr Interesse am Kommentieren habt dann meldet euch beim Discord Server an vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal haut rein meine Freunde und Freundinnen adios